Hallo und herzlich willkommen zu einem Championats-Video. Wir reiten heute das Golden Hills Championat oder Goldblatt-Championat, wie auch immer. Und es geht gleich los und ich bin in Gruppe 2. Und ich probiere es nochmal mit meinem Kalti, mal gucken, ob das diesmal besser wird. Ich hoffe. Letztes Mal war ja Katastrophe. Das war wirklich schlimm. Komm ich auch hier lang? Oh Gott, Leek! Hilfe! Also letztes Mal, als ich das geritten bin, war ich nicht Zweite geworden. Aber das war ja auch, als die Kamera aus war. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwie nicht so viel Schiss habe. Ich weiß es nicht. So und rum 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 rum. Oh Gott, Erste! Was ist denn los? Wir gucken, ob wir das halten können. Glaubt nämlich nicht, weil irgendwie fühlt sich der nicht so schnell an. Da fühlt sich mein Quartner schneller an. Viel schneller. So, letztes Mal bin ich auch nicht hier lang geritten. Oh Gott! Schnell! Okay. Okay, das sieht doch halbwegs okay aus. Immer noch erst, wo sind die alle? Hä? Aber wo seid ihr? Hilfe! Ich will jetzt auch nicht nach hinten gucken, weil ich dann Schiss habe, dass ich dann feile. Ist ja natürlich nicht so der Knaller. Wir wollen uns konzentrieren. Und hoffen, dass wir erst werden. Oh Gott. Sorry, das war ein bisschen laut. Oh ne, ich dachte, mein Pferd steigt jetzt. Oh man. Das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Hey Leute, das sieht doch gut aus. Wir warten los hier. Mega. Das sind die alle. Voll locker flockig. Okay, ich checke es gerade nicht, dass irgendwie kein Schwein hinter mir ist. Was habe ich denn jetzt so viel anders gemacht? Nix. Ich reite wie immer. Aber ich glaube, das liegt jetzt nicht daran, dass der Kalti so übertrieben schnell ist. Vielleicht haben die anderen einfach nur gefailt. Vielleicht liegt das daran. Aber ich weiß es nicht. So, da kommt die zweite ins Ziel. Hannah Raincat. Die Regenkatze. Und. Who is a Brave Child? Auch noch ein Kalti. Alina Deer Igel. Ah, ganz schön viele Friesen hier, ne? Mustang. Was kommt noch hier so? Ein Hanno. Ne, Quatsch. Das ist gar kein Hanno. Ein Anfangspferd. Was ist ein Anfangspferd? Ich glaube schon. Und Quarter. Cat. Wow. Das ist viel mit Katze hier. Regenkatze. Katzenberg. Boah. Ich bin der Erste. Das gibt es ja nicht. Gut. Dann holen wir uns mal kurz die Schleife ab. Und dann schauen wir uns die mal an. So. Löschen. So. Gehen wir eben. Wow. Die sieht man jetzt so cool, ne? Das ist natürlich auch echt geil. So. Gucken wir uns die trotzdem mal an. Was irgendwie möglich ist. Das ist eine goldene Schleife mit orange. Mehr kann ich jetzt auch mal auswassen. Ja. Mehr sieht man jetzt auch nicht mehr. Na gut. Ja. Habe ich es mal wieder geschafft. Also. Ist ja jetzt ein bisschen her. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.